Wieso, wieso bist du jetzt so aggressiv? Du wolltest, ich hab dich doch nicht gefragt, ob du fair fahren möchtest. Ja, aber, ja, ich will jetzt nicht die ganzen Rennen machen, weil du sollst auch fahren. Alter. Ja, aber ich kann die, ich meine, ich kann die zwei Runden strecken, aber die sind sehr gelitten. Du kannst das besser als ich. Ich meine jetzt ordentlich fahren, ne? Ja, ich weiß, dass ich ordentlich fahren kann. Ne, siehst du, du bist doch präsentiert, bist doch schon qualifiziert für zwei Runden. Na gut, na gut, dann mach ich das. Siehst du, das ist mein Bro, der kann auch mal nett sein, das ist super. Wieso mal, ich bin auch meist immer nett. Ähm, ich glaube, das habe ich überhört. Ich bin doch immer nett. Sonst würde ich das auch nicht machen gerade jetzt hier, so drinnen fahren, wieso? Ja, ich meine, ich habe die auch nur nett gefragt, also musstest du nicht machen, ich kann auch selber fahren. Du wirst ja selber fahren. Nein, also wenn du schon bei bist, äh, mach das doch. Ist doch super. Oh, das war das denn gerade. Was war das denn jetzt? Na! Mann, oh! Ach. Jo, ich bin schon zweiter, das ist ja cool. Na, ist doch super. Ach, was machst du hier denn? Ja, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Ja, das habe ich gesehen. Mann! Krieg mich doch im Arsch. Wolltest du schon wieder Sack sagen, ne? Ja. Aber, aber weil du gemerkt hast, dass das dein Spruch ist, habe ich es gelassen. Eigentlich habe ich einen anderen genommen. Oh, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Na! Nein, ich muss die Kurve kriegen. Alter, du hast dich, dein, dein A hat sich angehört, als wenn du gerade irgendwas hinten reingekriegt hast oder so. Ich will das gar nicht so genau wissen. Mann, ich fahre hier doch bloß. Außerdem sitze ich auf meinen Arsch. Da kann ich da nichts Geilen kriegen. Außer der Stuhl ist, außer mein Chefsessel ist willig. Dann, ähm, dann krieg ich dir eine Beule und dann, na, ich will das nicht, ich will das nicht weiter erläutern. Weil das ist ein Ekelhafter. Juhu, bist du hier, Esther? Juhu! Blu, du bist der Beste. Juhu, danke! Aber ich habe doch zwei Runden gefahren, oder? Also zwei Rennen. Ja. Dafür muss ich dir aber, dafür brauche ich dir aber kein Bier kaufen. Ähm, nee. Bro, Wettschulden sind Ehrenschulden. Das ist so. Die kann man auch nicht so tilgen. Och, Mann. Das ist ja blöd. Ja. Glückwunsch, sie haben den ersten Platz billig. Pokalbelohnung. 5000 Kron CR. Das heißt Kronen. Achso, 5000 Kronen. Willst du jetzt weitermachen? Ja. Wäre super. Na gut. Der macht nur weiter. So, dann setze ich mich wieder um. So. So. Jetzt kann ich wieder fahren. Ich hoffe, dass es wieder keine zwei Runden sind, weil sonst kann ich mich ja wieder umsetzen. Nein, die machst du denn? Och, Mann. Den können die Zuschauer sicher auf Fails gefasst machen, auf jeden Fall. Weil zwei Runden, Alter. Ich hab das ja auch schon gesehen. Oh. Das beweist aber, dass du schlecht fährst. Sei doch mal ruhig, auch wenn ich schlecht fahre. Zumindest teilweise. Dann ist es halt so. Das ist halt Flatout. So, Special Racing Fields Carp. Magst du die anderen mal machen? Äh, was? Welche anderen? Na, hier zum Beispiel Trito Special oder ja, den Water Canal oder so. Ach, na gut. Mach ich das. Dann mach ich das. Ach so, das kenn ich. Das, äh, ja. Ist eigentlich gelitten, aber... Drei Runden. Bam! Der hat gesessen. Worauf sitzt der denn? Ah, 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 ah. Sag mal. Du hast mir gerade einen Witz geklaut. Boah. Aber meine Witze sind schlecht, ne? Natürlich. Sind sie ja auch. Außer ich mach sie. Ja, genau. What the fuck? Alter. Krass. Musst du mir die Reifen mitnehmen? Ja, sorry. Die Reifen gibt es ein Dutzend billiger. Also... Nehme ich die einfach mit. Schadet ja nicht. Boah, ich bin 6. Alter. Ich muss erst mal ein bisschen... Boah! Bisschen Gummi geben, aber... 5. Boah! Alter! Oh! Ach Mensch, bin zweiter. Das ist ja super. Da hast du aber Glück gehabt. Hab ich auch eigentlich, also... Ist eigentlich gut gelaufen gerade. Na, wenn du noch erster wirst, dann geb ich dir noch ein Bier aus. Nein! Nicht erster werden! Zu spät! Ja, dann kaufen wir mal 3 Bags. Äh... Äh... Sorry. Ich meine 3 Bier von meiner Lieblingssorte. Ähm... Ja. Den sehen wir mal so, dass du... Das du morgen dann ran kriegst, ne? Man... Ich will das nicht. Das ist so teuer. Ja, äh... Dann sag das nicht. Ich hab das schon mal gesagt. Aber... Du willst ja nicht. Du wirst ja nicht hören. Wenn ich hören will, musst du hören. So ist es. So, ich mach dir mal eine ganz kleine Pause. Bis gleich, Leute. So, da... Bin ich... Wieder. Und rauchst. Mann, das... Muss auch keiner wissen, was ich rauche, nebenbei. Was soll denn das? Muss den Abonnenten alles sagen. Nein! Muss ich definitiv nicht. Nächste Rennen. Special Racing Field Cup. Muss das angenommen machen. Water... Ja gut, Water Cannon kann ja eigentlich ganz gut. Ja, dann mach das doch. Na gut. Auch wenn's Time Trial ist, aber... Naja, ich geh mein Bestes. Hätte ich ja eigentlich auch fahren können, ne? Weil ich ja auch ordentlich fahre. Aber erst wolltest du nix... Erst wolltest du nicht mehr fahren und jetzt... Alter, was geht mit dir nicht? Ich kann auch ordentlich fahren. Woah! Das sieht man. Alter! Ist doch mal gut. Das ist doch nicht wahr, wegen 14 Millisekunden? Ernsthaft? Ja, fahr das doch nochmal. Ja, das mach ich auch. Dann lass ich mich nicht auf mir sitzen hier. 14 Millisekunden. Glaubst du, es geht los? Ähm... Glaubst du, es geht los hier? Gibt's doch nicht. Das lass ich nicht auf mir sitzen. Das kannst du aber geloben hier. Das kannst du geloben, Alter. Neee... 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 Mann, die Sounds, die hören doch die... Abonnenten auch. Also brauchst du nicht nachmachen. Ist doch gut! Ist doch gut, Mensch. Ja, siehst du, zwei Sekunden gut gemacht. Das ist super. Na gut. Eine Sekunde und 65 hast du ja noch. Ich mach das jetzt nicht nochmal, wenn du darauf aus bist. Manu! Ja, ich mein, Silber reicht mir. Weil ich will die Abonnenten jetzt nicht so auf die Folter spannen. Zumindest... Nicht nerven. Weil ich das alles nochmal machen muss. 88! Zum Rennen! So. Das sieht doch gut aus, eigentlich. Naja. Ich weiß, du wirst es besser machen können, ne? Ja. Ich würde zwar sagen, du mach es besser, aber... Nee. Lieber nicht. Special Racing Fields Card. Farmdance. Drei Runden. Aber ich will erstmal aufrauchen. Bis gleich, Leute. So. Weiter geht's. Not in der Raucherei. Bin halt Raucher, ne? Ich muss halt rauchen. Zwischendurch. Obwohl das so ungesund ist. Da kacke ich drauf. Bam! Ist dir deine Gesundheit so unwichtig? Na ja. Kann man so und so sehen. Alter. Das kann man... Das kann man so und so sehen. Bum! Rausgekirscht. Super. Ah, schade. Alles verpasst. Alter. Was geht? Ich hab alles Crafts verpasst, die da so... gut aussahen und ich wollte da ein bisschen mitmischen einfach. Mission Impossible quasi. Ah! Zu den Witzen sag ich jetzt nichts mehr. Nö. Ist auch gut so. Bessere Witze wirst du auch nie hören. Deswegen ja. Waaah! Hini, ui! Bam! Alter, mein Auto sieht so gesund aus gerade. Alter. Ja, so wie du fährst, ist doch kein Wunder. Geht das schon wieder los? Wollte ich nur gesagt haben. Na ja. Werde ich dir einfach mal so mal glauben. Hier ist du jetzt auch schon wieder ein Kurzflüge verloren. Ja, ich mein, es ist nur Ballast. Der muss einfach mal... Ist nur Ballast, der muss einfach mal runter. Einfach. Das wiegt ja nur auch eine gewisse Anzahl. Alter. Das war unbewusst. Ja, ja. War unbewusst. Das war wirklich unbewusst. Das wollte ich gerade. Na gut, ich wollte es, aber... Ähm... Habe ich jetzt nicht so gesehen. Bis zum nächsten Mal.